Wie Judita Mann aus Brücken, die fragt mich, was ist los mit ihrer Zuckerhutfichte? Und da kann ich ihr ganz einfach sagen, die Zuckerhutfichte hat Frostbrand, so nennt sich das. Das heißt also, wenn im Frühjahr der Frost einfach an den frisch ausgetriebten Trieben dran geht und dann trocknen die aus, dann werden die braun und dann werden diese Stellen licht. Das gleiche kann auch im Sommer passieren durch Verbrennungen. Also hier kann man wirklich nur alles rausschneiden, was trocken ist, Daumen drücken und abwarten, dass alles sich wieder verwächst.